Da lange Zeit kein Erklärvideo mehr kam, werde ich heute ein Erklärvideo machen. Und zwar zum wirklich einfachsten Zaubertrick EU-West. Aber ihr könnt wirklich, also das ist wirklich einer meiner Zaubertricks, die in meinem Platz 50 sind. Da ich viele Zaubertricks habe im Repertoire und da ist wirklich dieser Zaubertrick mit bei Top Nummer 50. Und diesen einfachen Zaubertrick, den möchte ich euch heute in diesem Video erklären. Und somit, hallo liebe Zuschauer und hallo Digital Jamie, worum geht es in diesem Video? Übrigens sagt mal, wie ihr den Digital Jamie findet unten in den Kommentaren, ja okay? Genau das Richtige für dich. Jamie, erklär mal, was geht eigentlich heute so ab? Also, heute geht es in dem Video, dass wir heute einen ganz einfachen Zaubertrick lernen werden, wo ihr nach dem, wo die Zuschauer nach dem Trick denken, Digga, ihr habt ein super Hören, weil ihr euch alles merken könnt. Denn in diesem Video geht es darum, wie ihr einen Zaubertrick nachmacht, wo ihr innerhalb von 5 Sekunden Karten auswendig lernt. Aber nicht nur das, sondern, also das denkt man zumindest, naja, diesen Zaubertrick mache ich heute mit diesem Kartendeck. Und das ist das Phoenix Deck in Rot. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die ganzen Glückwünsche, als ich Geburtstag hatte. Also, ich habe sehr viel bekommen. Einmal das hier, also warte mal, ich kann euch mal zeigen, was ich alles bekommen habe. So, ich gehe dazu mal ganz kurz an meinen krassen Schrank ran. So, ich habe hier einmal... Upsala, habe ich den Code erstmal gezeigt? Egal, Egal, Egal. Also, wir haben hier, ich habe erstmal Klaus die Maus bekommen. Das ist ein cooler Trick von Phoenix. Das ist so, dass der Zuschauer quasi eine Karte zieht. Und die verlieren wir im Kartenspiel. Und Klaus die Maus findet die Karte dann halt einfach auf spektakuläre Weise wieder. Order ist ein Out of this World, trägt wirklich ein sehr cooler Out of this World Trick. Dann haben wir hier, da will ich nicht zu viel zeigen, Tool von David Stone. Müsste euch eigentlich jeder bekannt sein. Falls nicht, guckt euch auf jeden Fall den Trailer an. Das ist ein mega schöner Trick. Da sind elf Routinen mit dabei. Und hier haben wir noch eine Stripper Deck DVD mitbekommen. Und vier Kartenspiele in Rot, vier Kartenspiele in Blau. Das eine Kartenspiel ist hier schon aufgemacht. Und das müsste das hier sein. Das ist es. Und ja, natürlich habe ich noch vieles mehr bekommen. Also, ich habe noch ein bisschen Geld bekommen. Noch ein paar so Glückwunschkarten und sowas. Ich habe noch zwei Sachen bekommen. Und zwar, was ich tolle einfach mal mache. Diese beiden Bücher. Große Kartenschule 1 und 2. Das sind wirklich die krassesten Zauberbücher ever. Aber das sind echt Meisterwerke. Die sind so richtig, 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 richtig cool. Und ich möchte jetzt erstmal sagen, wir gehen jetzt wieder mal das zum Einsortieren. Da habe ich auch noch zwei gefragt haben, ob ich sie grüßen kann. Deswegen werde ich sie grüßen. Jetzt, warte mal, ich komme gleich wieder. Also, einmal grüße ich Magic Justin. Er schreibt wirklich sehr viel unter meinen Videos in die Kommentare. Und ja, deswegen danke, dass du so viel Support hast und sowas. Und ich grüße noch einen. Ich grüße noch Ten Splash YouTube. Ich hoffe, ich spreche das so aus. Und ja, danke, dass du und mich, nein, Julian und mich sehr feierst. Danke dafür. Und deswegen, und das Coole ist, ich sehe hier gerade auf meiner krassen Abonnentenanzeige, die ich da habe, das da, da steht 373 Abonnenten. Denn wir kommen langsam auf die 400 Abonnenten dazu. Da bin ich auch noch sehr, sehr, sehr dankbar. Es ging so schnell, dass ich sogar vergessen habe, ein 300 Abonnenten, zumindest ich habe es nicht geschafft, ein 300 Abonnentenspecial zu machen. Und bald ist es 400 Abonnentenspecial. Und darauf könnt ihr euch richtig freuen. Das wird ein richtig cooles Abonnentenspecial. Über einen ganzen Monat geht das Abonnentenspecial. Und davor kommt noch, also zum richtigen 400 Abonnentenspecial kommt noch. Also, ihr könnt euch einfach überraschen lassen. Beim 400 Abonnentenspecial werde ich dazu alles ansprechen. Und jetzt wollen wir erst mal zu der Performance, diesen coolen Zaubertrick gehen. Los geht's! Okay, für diesen Zaubertrick, zumindest zu der Performance, haben wir meinen Bruder Julian dazugeholt von Julian allein zu Hause, der fast 1000 Abonnenten hat, ne? Ja. Wie viele Abonnenten hast du jetzt? Äh, 970. Mein Adventskalender steht davor, deswegen kann ich nicht genau sehen. Genau, okay. Also, auf jeden Fall sehr supportend, damit er auf dem Weg ist zu den 1000 Abonnenten. Warum zeige ich eigentlich die Karten dann wieder? Egal, egal, wir wollen einfach zur Performance gehen. Ähm, Julian? Ja? Ähm, du darfst die Karten erstmal durchmischen. Machen wir einmal. Leute, ich bin Pro-Mischer, ihr wisst es. Ja, das wissen alle. Ich glaube, das reicht auch. So, und du wählst eine Karte aus diesem Kartenspiel. Äh, die ihr? Okay, dann mach das. Darf ich die mal angucken? Ja, du musst dir sie so anschauen. Und auch in die Kamera zeigen. Ich gucke die weg. Weg. Ja. Ja. Okay. Und die Karte kommt jetzt hier wieder drauf, okay? Und wieder in das Karten-Jack. Ja. Du darfst von mir aus auch einmal abheben. So, okay. Das heißt, die Karte ist nochmal ein bisschen weiter ins Kartenspiel gegangen, ne? Ja. Ja, ich spreade die Karten mal auf, ja? Du siehst die Karten jetzt hier, aufgespreadet. Mhm. Ja, man sieht es auch hier in der Kamera. Und, äh, ich drehe mich gleich weg, zumindest ich gehe gleich aus dem Zimmer raus. Ich weiß nicht, ob man es dann sieht, aber Julian wird dann bezeugen können, ich gehe aus dem Zimmer raus. Ja. Und was du machst ist, du suchst dir gleich deine Karte raus, von der Stelle, wo sie gerade ist, und packst sie an eine andere Stelle. Okay. Das Ding ist, ich werde wissen, welche, äh, welche Karte du transportiert hast und wo die vorher lag. Warum? Weil ich mir innerhalb 15 Sekunden versuche, die Karten auswendig zu lernen. Innerhalb 15 Sekunden, zumindest, das werde ich auch machen. Und deswegen geht's einfach mal direkt los. Zähl runter, Julian. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Schuhen, stopp. Das sind schon 15 Sekunden, okay. Ich gehe jetzt aus dem, äh, Zimmer raus. Ja. Setz dich hin von mir aus. Du, äh, packst deine Karte aus dem Kartenband und packst dann die Karten zu, zumindest du packst deine Karte irgendwo raus. Hier irgendwo anders rein. Packst die Karten zusammen, damit ich nicht weiß, worum du, wo du ungefähr rumgefummelt hast, okay? Ja. Vielleicht halt mal jetzt auch die Tür. Hat er extra laut dazu gemacht? Okay. Leute, ihr wisst, das hier ist meine Karte. Ich pack sie einmal raus und pack sie mal hier hin. So, jetzt muss ich das alles hier zusammenpacken. Ich bin soweit. Okay, habe ich gemacht. Ihr wisst, was meine Karte war, ne? So. Okay. Jetzt werden wir die Karten wieder ausführen, damit ich weiß, wo du ihre, also zumindest nicht damit ich weiß, sondern damit ich dir sagen kann, wo du die rausgenommen hast und wo du die wieder reingepackt hast. Okay. Du siehst hier diese Karten. Jetzt gehen wir einmal durch. Mal sehen, ob hier irgendwas vielleicht faul ist. Okay, Julian, hier wurde eine Karte hinzugefügt. Ja. Das ist die Herz 7. Das müsste deine Karte sein. So, und deine Karte, weil ich mir die vorher angeschaut habe, war vorher hier, hier zwischen. Ja. Stimmt das? Ja. Hä? Ich habe die doch irgendwo reingepackt und du warst dort... Hast du Kameras aufgestellt? Nein. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Okay, und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie dieser Zaubertrick funktioniert, dieser leichte, krasse Zaubertrick bei meinen Top 15 Zaubertricks, dann bleibt dran und Julian verschwindet aus meinem Zimmer. Tschüss. Tschau. Schaut bei mir vorbei. Julian, er lebt zu Hause. In der Infokarte da oben. Okay, wie man diesen Zaubertrick nachmacht, das ist ganz gut. Ganz, 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 ganz simpel. Der Zuschauer darf die Karten durchmischen. Das ist ein Imprompto-Trick. Ich mag Imprompto-Tricks immer wieder, ne? Ich mag sie. Ich mag sie. Okay, da habe ich erstmal eine Karte umgedreht. So, also der Zuschauer mischt die Karten durch. Und was wir jetzt machen ist folgendes. Warte mal, gucken, ob ich irgendeine Karte umgedreht habe. Ne, perfekt. Der Zuschauer zieht eine Karte. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt schon das Erste und das Entscheidendste ever. Und zwar, während sich der Zuschauer diese Karte anschaut. Die sehe ich jetzt in dem Fall nicht, ja? Ich schaue weg. Oder ich gucke mir die jetzt einfach an. Ich bin als Bube. Und ich merke mir hier diese Karte hier. Das ist die Karo 10. Ich merke mir nicht diese Karte hier, die unterste. Sondern ich merke mir die Karte, die hier drauf lag. Das ist jetzt die Karo 10. Ja? Die merke ich mir, merke ich mir, merke ich mir. Die Karte kommt dann exakt an gleicher Stelle wieder zurück. Und der Zuschauer darf jetzt irgendwo abheben. Sagen wir, er hebt irgendwo ab. Und jetzt schauen wir mal. Hier ist der Herz Bube. Das ist die Karte des Zuschauers. Das kann ich aber in der Performance nicht wissen. Deswegen schaue ich mir diese Karte hier an. Und wenn das unserer Karte entspricht, die wir so gesagt haben. Ihr wisst schon, diese Karte, die wir uns gemerkt haben. Dann weiß ich ganz genau, dass die Karte des Zuschauers. Und dann könnte man vielleicht schon mal sagen, oh, du hast direkt deine Karte abgehoben. Aber das wäre ja blöd. Deswegen, falls ihr das jetzt nicht macht und die Karte ist irgendwo im Kartenspiel, ist sie überhaupt nicht schlimm. Denn so geht es jetzt weiter. Genauso wie wir es jetzt gemacht haben. Und zwar, jetzt spreade ich die Karten auf. Ich werde mir erstmal die Karten in 15 Sekunden anschauen. Was ich eigentlich gar nicht tue. Das wird, glaube ich, hier von euch wissen. Aber egal. Ich werde das gar nicht tun. Denn ich schaue mir jetzt die Karo 10 an. Und die Karo 10, da rechts von der Karte, ist der Herzbube. Und dann merke ich mir, Herzbube, 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 Herzbube. Karo 10 habe ich mir sowieso schon gemerkt. Jetzt kann der Zuschauer den Herzbuben irgendwo anders reinstecken. Sagen wir hier, ich bin in der Zeit draußen. Die Karten werden zusammengeschoben. Und warum denkt man sich jetzt, warum packen wir die wieder aus? Naja, damit man nicht sieht, wo man ungefähr so hingegriffen hat und so weiter. Also, dann kommt man wieder rein. Wenn der Zuschauer spreadet die Karten wieder auf, zumindest ich mache das, dann gehe ich hier durch und entdecke, ob ich hier einen Fehler sehe. Aber direkt, als ich die Karten aufspreade, schaue ich, ob der Herzbube, wo der Herzbube liegt. Denn ich fange immer von links an. Wenn der Herzbube nämlich jetzt an die linke Stelle gesetzt wurde, also von der linken Position aus von unserer Leitkarte, ja, Leitkarte, ne, dann sage ich, okay, hier deine Zuschauerkarte, wie ich es bei Julian in dem Fall gemacht habe. Aber wenn es in dem Fall rechts ist, dann sage ich, okay, als erstes, aha, hier stimmt was nicht, hier fehlt eine Karte. Ja, dann mache ich das hier offen. Und jetzt gehe ich hier weiter, aha, hier ist eine Karte dazu hingefügt worden. Und das ist der Herzbube. Wir können das Ganze einfach nochmal machen, damit ihr das vielleicht noch ein bisschen weiter versteht. Und zwar, man darf wieder, ähm, mischen die Karten, wie man möchte. Und was man macht, ist folgendes, ähm, wie spät ist es eigentlich? Okay, wie komme ich eigentlich darauf? Ähm, der Zuschauer zieht irgendeine Karte. Ich merke mir, die Karte, die da drauf ist, das ist die Kreuz 9. Die Karte kommt wieder exakt bei der Stelle oben drauf. Der Zuschauer darf abheben. In dem Fall ist keine Karte hier, die Kreuz 9, und hier auch nicht. Deswegen ist die irgendwo in der Mitte. Dann bereite ich die Karten aus. Ich halte Ausschau zu der Kreuz 9 hier, das heißt, ich weiß ganz genau, was die Karte 4 ist. Dann tue ich so, als würde ich mir die Karten einprägen würde. Das mache ich aber gar nicht. Dann gehe ich raus, der Zuschauer packt seine Karte, die Karte 4. Irgendwo anders wieder rein, sagen wir jetzt hier. Das ist jetzt das Beispiel, was bei Julian passiert ist. Zack, ich packe die wieder zusammen. Und dann komme ich wieder rein, ich packe die, wir machen das wieder so. Und dann sage ich, okay, zack, 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 zack. Hier, Karo 4. Da ist was hinzugefügt worden. Man geht nicht zuerst an die Stelle, also immer von, also man geht jetzt in dem Fall nicht an die Stelle, wo die Karte Dingens gefehlt hat. Außer man geht von rechts los. Aber wir gehen diesmal von links los. Karo 4, zack. Hier ist die Karo 4. Okay, ich sage, hier ist eine Karte hinzugefügt worden. Das ist deine Karte. Dann gehen wir weiter und sagen, okay, jetzt möchte ich noch herausfinden, woher die Karte kommt. Also wo die vorher lag. Und sie lag vorher hier. Hier lag die Karte vorher. Und das ist der Trick. Ich habe damit, ich habe das meinem Papa auch noch vorgeführt heute. Er fand das, er fand das mega krass. Er fand, also er hat, er hat diesen Zaubertrick nicht durchschaut. Nur als ich ihm das erklärt habe, dann habe ich das nicht gemacht. Warum, denkt ihr, warum erkläre ich deinem Vater das? Naja, mein Vater hilft mir wirklich sehr viel in der Zauberei. Denn er, wenn ich mir was zum Geburtstag, zu Weihnachten, wie auch immer, was wünsche, dann muss er ja ganz genau wissen, ob es ein guter Trick ist oder nicht. Unser Papa schenkt uns auch zwischendurch mal ein paar Zaubertricks oder sowas. Also der weiß halt schon sehr viel über die Zauberei. Er zaubert halt selber nicht, aber er macht halt diese ganzen Revisiten und sowas, ja. Wenn euch dieser Zaubertrick gefallen hat und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Und ihr habt ja, vor ein paar Wochen habe ich eine Umfrage auf Instagram gemacht, ob ihr, also zumindest Fragen über die Ehrlich Brothers Magic School. Dazu kommt ein Video dann um 8, ähm, ungefähr so irgendwann im Zeitraum von 28. Dezember, weil da kommen ja unsere Folgen raus. Zumindest unsere Folge kommt da auf Super RTL. Ich glaube, es war Super RTL. Falls es nicht ist, ich blende sie unten ein, also ich blende sie unten ein. Welche Uhrzeit, das ist, glaube ich, Super RTL, 7.50 Uhr am 28. Dezember 2020. Und da läuft unsere Folge, da könnt ihr das sehen, falls ihr kein TVNOW Premium habt, ja. Okay, ich würde einfach sagen, zu lange gequatscht, zu wenig gezaubert. Wir beenden dieses Video. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Adventskalender-Video. Und ja, ciao! Ciao! Ciao!